Hallo meine Lieben, ich habe diesen grässlichen Campingplatz von Christian Sand verlassen. Ich bin jetzt einige Kilometer nördlich gefahren, die E9 rauf Richtung Seetestal. Was ein paar Kilometer ausmachen. Es ist schon traumhaft schön hier. Kleines Päuschen und dann geht es weiter. Ich bin an diesem riesen Parkplatz vorbeigefahren und habe erst dann entdeckt, wie schön es hier ist. Seetestal, ein Rastplatz. Jetzt habe ich müssen wenden, um hier ein kleines Päuschen einzulegen. Echt toll. Schaut sich das an. Ich bin im Moment richtig erschlagen von der Natur hier. Ich muss mich da erst irgendwie einkriegen. An jeder Ecke, wo du vorbeifahrst, könntest aus dem Auto springen und dein Zelt aufschlagen. und sagen, du bleib ich einfach nur da. Wenn das gem pense wie möglich ist. Ich bin da. In der Natur quella Ecke, wort man sich noch nicht zur Zukunftannedzeugung es immer gut dafür geschlagen. Musik 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 Musik